In den USA wurden die letzten beiden Modelle der geplanten Grenzmauer zu Mexiko der Öffentlichkeit präsentiert. Auf einem Areal im kalifornischen San Diego reihen sich nun acht Prototypen eines Walds aus Stahl und Beton aneinander, hergestellt allesamt von US-Firmen, von denen eine laut Medien in der kommenden Woche zum Erbauer der umstrittenen Grenzmauer zu Mexiko gekürt werden soll. Während des Wahlkampfs hatte US-Präsident Trump versprochen, den Grenzschutz zu dem zentralamerikanischen Nachbarstaat zu erhöhen. Kern seines Plans ist eine 3000 Kilometer lange Mauer, die die Ostgrenze gegen illegale Einwanderer abschotten soll. 18. Wie soll die Mauer zu Mexiko aussehen? Acht Vorschläge kamen in die engere Auswahl und stehen nun in San Diego-Probe. Urheberrecht Grigori Bullup, Paar 28 bis zu 9 Meter hoch sind sie, aus Stahl und Beton und meist blickdicht. Urheberrecht Grigori Bullup, Paar 38, jedes einzelne Modell soll bis zu einer halben Million Dollar gekostet haben. Urheberrecht Grigori Bullup, Paar 48, von der mexikanischen Seite aus, wie in dieser Ansicht, soll die Mauer unüberwindbar sein, so wie es der Präsident im Wahlkampf versprochen hatte. Urheberrecht Grigori Bullup, Paar 48, jedes einzelne Modell, die es erlauben, auf die gegenüberliegende Seite zu schauen. Urheberrecht Grigori Bullup, Paar 48, jedes einzelne Modell, die es erlauben, auf die gegenüberliegende Seite zu schauen. Urheberrecht Grigori Bullup, Paar 48, alle Hersteller haben ihren Sitz in den USA. Urheberrecht Grigori Bullup, Paar 48, ob sich am Ende dieses Modell samt Metallkante und Stacheldraht durchsetzen wird, entscheidet sich kommende Woche. Urheberrecht Grigori Bullup, Paar 48, seit Monaten läuft die Ausschreibung für dieses umstrittene Projekt, seit Mitte September wurden die Prototypen nach und nach aufgebaut. Sie sind zwischen 5,5 und 9,9 Meter hoch und versuchen die Vorgaben der Regierung durch unterschiedliche Heransgehensweisen zu erfüllen. So wartet ein Modell mit scharfen Metallkanten auf, die illegale Immigranten vom Klettern abhalten sollen. Ein anderes besteht aus Platten, die es erlauben, auf die andere Seite zu sehen. Jeder der acht Prototypen hat die amerikanische Regierung bis zu 500.000 US-Dollar gekostet, also etwa 423.000 Euro. Die Finanzierung der tatsächlichen Mauer ist dagegen noch ungeklärt. Insgesamt dürfte das Projekt deutlich mit mehr als 10 Milliarden Dollar zu Buche schlagen. Kosten, die Trump größtenteils der Regierung in Mexiko auferlegen will. Bei einigen Flüchtlingen wirkten die jüngsten Bauarbeiten in San Diego nicht geradezu abschreckend. Zuletzt versuchten fünf Flüchtlinge aus dem nahegelegenen mexikanischen Tijuana genau dort die Grenze zu überwinden. Die drei Männer und zwei Frauen wurden sofort von berittener Polizei gestoppt. Nach Angaben des Ostgrenzschutzes wurde seit Beginn der Erarbeiten am 26. September insgesamt vier oder fünf Mal versucht, die Grenze illegal zu überqueren. , bis neu zu enthalten. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Untertitelung des ZDF, 2020